Unsere Regierung ist am Arsch. Rücktritt Landesregierung, Rücktritt Bundesregierung, Impfzwang für Politiker, Impfzwang für Lobby Bisschen. Wir sind hier, wir sind laut, weil man aus der Freiheit bleibt. Weg für den Weg, Land. 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 Vorsicht im Schaden in den Landtagen. Nehmt keine Versuchskaninchen, nehmt Politiker. Schluss mit der Pandemie. Keine Angst vor Corona, sondern vor Politikern. Nie wieder Corona-Faschismus. Schickt euch eure Impfung in den Arsch. Schickt euch eure Impfung in den Arsch. Schickt euch eure Impfung in den Arsch.